Mein Arbeitgeber ist Stalim Spritzguss und es ist bei uns generell so, dass wir aufgeteilt sind in zwei Firmen. Die Stalim ist zuständig für den Spritzguss, Sterner ist dann reintätig für den Werkzeugbau. Meine Position ist der Abteilungsleiter für die Business Applications. Das heißt, ich verantworte den ganzen Bereich über alle nicht produktionsnahen Applikationen und Software. Ich bin Teamleiter Verpackung Schicht, meine Aufgaben sind Organisieren, Prozessoptimierung, Personalführung. Ich bin Teamleader Assistant in der Werkzeugbauwartung im Bereich Nadelverschlusswerkzeuge, Thermoplastwerkzeuge und Rapid Tooling. Wir haben ein sehr modern ausgestattetes Büro mit moderner IT-Ausstattung und ergonomischen Schreibtisch mit uns im Einkauf. Mein Arbeitsplatz ist ein Einzelbüro und meine Mitarbeiter teilen sich in einem Großhombüro auf, das Licht durchflutet ist und alles zur Verfügung stellt, was benötigt wird. Es gibt ja viele Möglichkeiten, dass man sich in der Firma weiterentwickelt. Das hängt auch von einem selbst ab. Ich bin ins PSTP-Spiel, ich habe damals angefangen als normale Mitarbeiter und habe mich dann in der Produktion selber als Schichtführer weiterentwickelt und habe dann vor drei Jahren das Angebot bekommen im Tagbereich als Teamleiter, dass ich die Verpackung Schicht übernehme. Die Benefits bei uns im Unternehmen sind, dass wir zu Geburtstagen besondere Anlässe immer kleine Aufmerksamkeiten kriegen. Die Ehrungen, jetzt wäre bei der Weihnachtsfeier von den Mitarbeitern, es kommt der Nikolaus zu, die Kinder von unseren Mitarbeiterinnen. Das Fitnessstudio ist von der Firma ein sehr gutes Angebot. Ich persönlich nutze es fast jeden Tag. Wir haben eine Liste mit diversen Firmen, wo wir Prozente kriegen, wo wir mit unserer Stahl im Karten hingegangen. Ein großer Vorteil unseres Unternehmens ist, dass wir sehr auf Fortbildung und Schulungen aus sind. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat selbst die Chance, sich seine Fortbildungen und seine Schulungen rauszusuchen und wird vom Unternehmen unterstützt. Unsere Firmen weiter sind definitiv Menschlichkeit, dann Wachstum. Das ist ganz hochgeschrieben bei uns in der Firma und das wird auch wirklich gelebt. Das Unternehmen steht für Qualität und Bewusstsein. Es ist ein marktführendes Unternehmen und trotzdem immer noch Einfamilienunternehmen. Die Unternehmen Stahlim und Sterna stehen für Nachhaltigkeit und auch für ein familiengeführtes Unternehmen, das auf seine Mitarbeiter achtet und auch kurze Entscheidungswege zur Verfügung stellt. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!